So, machen wir noch einmal die Prüfung. Ich hätte es ja fast geschafft, wenn ich die zwei Springer angetanzt wäre. Also, boi. Was war das eigentlich für den Start schon wieder? Ich war voll langsam. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Hey, scheiße. Ich hätte doch... Warum habe ich denn noch so wenig Energie? Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Das war der schlechte Start. Muss ich mal sagen. Okay. Warte mal. Also, eben bin ich echt schlecht angestellt. Bereit? Bereit! Oh, du meinst den Jungen! Klar! Jungen. Kann doch mal jecek. Oh come here Ey, ey, ey Was geht denn jetzt? So schlecht, ey Ach, warum bin ich denn einfach mal so schlecht in dem Spiel? Okay Das muss besser werden Ich schwöre dir, diese Wiedergänge hast du dich sowieso What? Ich muss mal was schauen Gerade bin ich echt voll schlecht Was ist denn los? Ich muss mal was schauen Und zwar Gab es nicht In der vergangenen Sünden an Christian Das habe ich Ausgerüstet Aber gab es nicht eine Bei der ich auch Gesundheit bekomme Für jede Axte In der 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 Und dann kommt es da hinzu. Und dann kommt es da hinzu. Ich hatte es gar nicht ausgerüstet. Jetzt muss ich aber irgendwo noch das wieder hinzufügen, was ich eben rausgenommen habe. Und dann kommt es da hinzu. 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 Warum? Weil ich bin dauernd getroffen. Jetzt ist es wieder wieder hinzu. Und dann kommt es da hinzu. Und dann kommt es da hinzu. Ich bin auch ein bisschen vorsichtiger beim letzten Mal vorgegangen. Was ich jetzt eben halt weggetan hatte. Und dann kommt es da hinzu. Und dann kommt es da hinzu. Der Kampf gegen die Valkyrie, die ist nämlich... ...zabbert nicht da und da drin. Genau, wir sehen uns sofort. Scheiße, ich brenne jetzt. Genau das war der Scheiße. What the shit! What the shit! Okay, irgendwie bin ich grad voll raus. Wollen wir mehr, wir schaffen das. Ich hab kurz was gefunden. Ist das noch ausgerüstet? Ja. Bereit? Bereit? Äh... Oh, du meinst den Jungen! Draugern hinter dir, Bruder! Was mach ich eigentlich? Wollte den Zauber werden schon aktivieren. Egal. Das hab ich mir eh erkennt. Ja. 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 Ich habe gesehen, dass beide wieder da sind, aber... Oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das war ja auch mal ein Gerneres. Scheiße! Nein, 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 nein! Alter! Nein! Ich muss nicht mehr! Ich muss nicht mehr! Nein! 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 Weil der mich gepackt hat! Nein! Gibt's doch nicht, hey! Wir sind gut! Bereit? Bereit! Egh.. Ihr bleibt erstmal auf Bestand! So ich dicke nochmal ab schon! Ja, da ist dies... Okay, der ist von den Korn. Ach Gott, wieso? Wieso trifft mich das da ein bisschen gerade? Holy shit, das war... ... zu nackt. Alter, sonst bin ich so ein schlechter Staat. Das bin ich dann. Was? Wieso? Was hat mich denn getroffen? Was hat mich denn getroffen? Hey? Nee? Ich spiele das jetzt los. Ich war schon so weit da immer bei dieser Blüten. Hatte mir das schon daran gespielt. Kommen die Typen raus wieder? Achtung! Dann waren zwei von Draugen. Hahahaha Bereit? Bereit! Äh... Oh, du meinst den Jungen? Klar! Draugen! Was? 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 Was. Was? Was? Was. Was? W-Die. Das hat mir gemacht wird, aber! W-Duge! Das left! Não, da werden Sie nicht können, aber ich hätte erstell 주세요. Ja ja, das ist ja euer Okay, come an Was hat er verdient? TÜRKÜ? Oh Gott. Was ist er? Oh Gott! Nein! Aber was ist das? Was ist das? Sehr gut, komm her! Nein! Es ist so schwer, dass ich nicht mehr umgekehrt. Was ist das denn mit Tatschi, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Das war's für heute. Okay. Soll ich nicht mehr? Oh, 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 oh. Das war's für heute. Okay, Nimbus habe ich. Sehr gut. Hey! 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 Hey, hey, wir werden die von meinem Zeitlemit! Hey, hey, wir werden die Verlade von meinem Zeitlemit! Oh, scheiße! Jetzt kommt's! Nee! Ich hätte eigentlich die Zeit nutzen müssen, um zu wechseln. Was die Waffen betrifft. So, wenn es echt die Wiedergänge, die stressen mich. Oh, Mann! Bereit? Äh... Oh, du meinst den Jungen! Laha, Rosa, hinter dir! Ich habe meine Ärger estouНke. Wo- Ich bin Ch Souvent-NeyEveryone1. Oho- Nix, stop it, man, da. Hey. 3 9 8 10 10 11 10 12 12 13 13 Geht nicht mehr, Geht nicht mehr.